ist geblendert ja aber blandern tut jeder partys mit mit fremden französischen smiley xd was ist eigentlich der unterschied zwischen smiley und emote smiley ist gesicht wahrscheinlich nur ne ja okay ja ein bisschen selber darüber nachgedacht und schon schon hat das schon hat das an ich spiel ganz schön schnell und ganz schön gut junge junge meine an hier lazek lazy k pork hey lazek grüß dich 32 monate freunde damit haben wir gerade einen im stream der wahrscheinlich als längstes abonniert hat gerade der lazek freunde big l mega schön dass du da bist big l ist da freunde big l ist glaube ich auch gerade so an gründer vorbei gerade so guten abend stream elements moin moin schön dass du da bist für mich sieht die stellung gefährlich aus wait für wen aber gefahr ist auch immer so im auge des betrachters ne weil wenn du jetzt ein australian jemand aus australien fragst ja nee 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 die gehen mit der gefahr nur anders um das ist der unterschied ja ja die haben sich quasi an die gefahr gewöhnt aber die gefahr bleibt die gleiche chat we smart ja ja weißt du wann mario marius karlson wieder spielt der hat heute gespielt der karlson ich glaube heute eine partie gespielt actually ich habe da irgendwas auf twitch gesehen also nicht live und stream also doch live und stream aber also es wurde kommentiert hat er jetzt auch seinen eigenen kanal aber genau und wir spielen aber solide grund solide freunde der bauer hing weiß ich nicht es hat immer hier gedeckt und der hier wurde vom könig noch gedeckt deswegen welchen meinst du also die beiden können es nicht sein der f4 aber war da nicht doppelt gedeckt was ist das denn er will den spielen hier meine schwächen gehen interessant dazu die dame ist eigentlich ein bisschen overwork gerade sagt man im schach deswegen wundere ich mich gerade dass wir da nichts nichts reißen können und dann den hier vielleicht sein komischen bishop da gehen das habe ich nämlich schon antizipiert die frage ist halt ob er den spielt hier also wir machen den er macht den ja dann kommt aber a4 ne dann wird der natürlich weg aber der ist auch verteidigt kommen wir machen das einfach mal wobei das gerade irgendwie nicht der anspruch ist ne gefühlt jetzt chat gefühlt ist das nicht ist das nicht das was wir gerade machen sollten machen jetzt den hier wir machen was ganz anderes wir pin jetzt quasi wir soft pin seine dame weil wenn die dame zieht dann hängt der kollege durch hier ja springer z5 machen wir auch gleich ich wollte aber erstmal die rugs connecten und abfrage abfrage chat ist friko 0 1 da kleine abfrage ist friko 0 1 da was will er damit der dame what the fuck er ist nicht da ich mache immer gerne so kleine abfragen für die neuen leute hier einfach so on the blue und gucken ob sie da sind friko nicht da friko nicht da chat friko ist nicht da na der kann sich mal auf was gefasst machen war okay wen haben wir noch kenne ich noch einen viewer haben wir noch einen den ich kenne kenne ich noch einen mit namen außer friko nee 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 ah ah Glück gehabt True Wir spielen gut, Freunde Leute, das ist doch die epische Oh mein Gott Oh mein Gott Was mache ich? What the fuck? Sagt mir aber auch keiner im Chat, oder? Dass wir gerade eine epische spielen Völlig egal Sie sagen immer, sie sind neu Aber sie sind tatsächlich gar nicht neu Macht mal Watchtime rein, Freunde Ausrufezeichen Watchtime So ein Ding Ausrufezeichen Watchtime Ja, dann macht halt den, ne? Rock des Grauen, das haben wir gesehen Sechs Tage Acht Tage Ja, Freunde Das ist halt für mich nicht neu, ne? So sechs Tage Das ist für mich nicht neu Fünf Tage ist auch nicht Neun Tage Ein Tag ist für mich auch nicht mehr neu Ne? Bin ich ehrlich, Chad? Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen So, ein Turm haben wir schon mal 90 Minuten hat einer The fuck? Okay, 90 Minuten ist wild Gebe ich zu 90 Minuten ist wild Wir gewinnen den Bauern Dann vielleicht sogar auch den, ne? Kappa Kappa hört sich immer an wie Papa, oder? Chad? Findet ihr das auch? Kappa und Papa? Hören sich sehr, sehr ähnlich an Ich finde da, glaube ich, was ganz Großem auf der Spur Kann das sein? Was ganz, ganz Großem Aber jetzt geht der Bot nicht mehr, ne? Der Bot rollt? Ah doch Zwölf Tage Hat einer Hat einer weniger als 90 Minuten? Zwölf Stunden Eine Stunde Ja, das ist weniger, ne? Eine Stunde, Freunde Wild Ganz wild Zwei Stunden No, es sind doch ein paar neue Guck mal hier, zwei Stunden Zwei Stunden, ein Tag Wow Boah, ich freue mich gerade richtig auf die nächste Vi-Partie Irgendwie Keine Ahnung warum Aber irgendwie freue ich mich drauf Lol Auf so eine schön gediegene Vi-Partie live Wir machen gleich richtig gute Musik an, Freunde Ha Weil jetzt auch so viele neue da sind Drei Stunden, okay Dann machen wir gleich mal eine Vi-Partie, Freunde Die sich gewaschen hat General J Der ist auch neu übrigens, Freunde General J auch neu Grüß dich, mein Lieber Ey, danke dir General Ich verneige mich Vielen lieben Dank An Bazooka-Guy Hä? Ähm, hallo? We did it! We did it, boys! Again Again And again And again And again Mach den Franzosen, Junge Oh yes, baby Oh yes Geil Er hat einfach seinen Turm reingeknallt, ne? Juckt ihn gar nicht Geil Richtig, richtig, richtig geil, Freunde Zum allerersten Mal über 1800 Elo Finally Das erste Mal Ha Good evening Good evening This is my first time on the stream I love chess Are you EM? You play so well Dice of critch Oh mein Gott, ich bin dabei Oh mein Gott, ich bin dabei Geil, ne? IM Ey, geile Partie Wir haben uns echt zurückgekämpft, oder? Seid ehrlich I'm good Alright I'm good Yeah, I'm feeling alright Day of my life Where it takes Nebegegen Muss doch schon so spielen Und rein in die Luzzi Let me go Denk Baby, nothing's gonna stop us tonight Cause I'm good Yeah, I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life Now wherever it takes me I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good Yeah, I'm feeling alright Ah? Gibt es zum Beispiel einen Zug? Bleib ruhig Und gelassen Ruhig und gelassen Ich finde, wir stehen immer noch gut No Kopium Neh, ich bekグll Oh! Ich bin es Belenbar Ich bin ich Sind die Eichhörnchen noch da, Freunde? Sind hier noch ein paar Eichhörnchen? Sind hier noch ein paar? Keine mehr? Ja! 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 Du kleiner Bengel! Mann! Wir sind in der Weibpartie, Kollege! Was machst du denn? Sorry, Freunde. Da musst du raus. Schach! Wir nehmen alles gegen. Stark! Das geht an euch, Freunde. Ich hoffe, ihr wisst das. Das geht halt safe an euch. 100 pro. Wer denn da? Turm hinter die Freibauern? Oder? Also, ich bin hierher. Und da ist es. Ich denke, es ist ein. Ich hoffe, ich bin hierher. Ich glaube, es ist ein. Und da ist ein. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin ein, ich bin hierher. Ich bin hierher. Komm ab da, kollega! Komm ab, 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 kollega! Schön, dass du da warst, meine Liebe. Gut gekämpft. Krone geht zu mir. So ein Ding. Ich glaube, das hätte funktioniert sogar, Freunde. Ich glaube, es hätte funktioniert. Bin ich ehrlich. Den Schach macht keinen Sinn. Wir machen den. Er macht den. Wir machen den. Er nimmt raus. Wir machen den. Greifen die Queen an. Er macht den. Dann nehmen wir den. Wenn er hier rausnimmt. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Irgendwie haben wir da nichts mehr, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt den spielen. Ich habe es nicht gerechnet gekriegt, Freunde. Gab es da was? Das ist doch Forced Made. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Bin ich ehrlich. Also ich habe nichts gesehen, Chad. Ich habe nichts gesehen. Ihr habt was gesehen. Wenn er nimmt, hängt der, ne? Wir trappen Legit, die Queen. Oh Mann, das war eine Zeit, Freunde. Da war die Hälfte, ne. Da waren 3,8 Viertel von euch waren da noch gar nicht da. 3,8 Viertel. Habe ich mal eben kalkuliert. Hey, 3,8 Viertel geht doch, Freunde. Was ist los? 3,8 Viertel? Komplett normal. Komplett normal, Freunde. Just dance, gonna be okay. Just dance. Oh scheiße, kriege ich hier Probleme? Moment. Kennt der Orpah Sorney, ne? Kennt er gar nicht. Kennt er gar nicht. Das ist auch ein Bug, ne? Kennen nicht viele. Der Arme, ey. Der Arme. Der Arme, kleine Fratz. Mann, Mann, Mann. Ah, jetzt hängt der, ne? Ne, der hängt doch die ganze Zeit gar nicht. Mann, ich pieß doch dann rein. Ich pieß doch dann rein. Hey, ho. Just dance, gonna be okay. Just dance. Just dance. Das Ding ist so durch, Freunde. Das ist so durch. Stafford ist und bleibt unbesiegbar, Chad. Wenn ihr ein unbesiegbares Gambit haben wollt, Chad. Stafford. Es ist einfach... Es ist einfach krank. Ich glaube, das stärkste Gambit, was ich jemals gespielt habe. Freunde. Also wirklich jetzt. Das allerstärkste. Wow. Stafford, die tägliche Dröhnung ist wieder da, ne? Warum daubt dich überhaupt? Ey, der Gegner ist nicht schlecht, finde ich. Okay, der war ein bisschen... Weil wir machen gleich C4, ne? Ich weiß nicht, wenn wir Kasseln, macht er dann direkt den oder sowas? Aber der hängt halt einfach, ne? Wir Kasseln mal zuerst und dann C4. Dann öffnen wir hier nämlich den ganzen König. Wir nehmen mit dem Springer raus, weil er hat auch gerade den Bishop geblockt hier. Wenn er nimmt, wir nehmen gegen. Die Dame muss ziehen und dann haben wir hier Schach, ne? Also nehmen ist, glaube ich, komplett verloren schon direkt. Der sieht aber auch nicht gut aus, bin ich ehrlich. Wenn er jetzt hier nimmt, wir nehmen gegen. Dann haben wir einen Schach und dann ist er matt, ne? Er will wahrscheinlich... Ne. Will er denn? Er muss jetzt mit dem nehmen, ne? Ein bisschen belasten für ihn. Ich denke, wir spielen gerade richtig gut, Freunde. WTF? Das ist schon gewonnen, glaube ich. Ich glaube, es ist schon gewonnen. Ich glaube, es ist schon gewonnen. For real. Ich glaube, das Ding ist schon durch, weil er darf nicht mit dem nehmen. Weil sonst hängt der Springer. Aber wenn er mit dem nimmt, kommt Schach. Das ist auch nicht so geil. Ey, Curly, nochmal danke für die Playlist. Ey, wenn du die weiter... Ähm, noch erweiterst. Das wäre auch richtig geil. Aber die ist mega nice. Feier ich sehr. Ah, cool. Mega. Mega, mega. Ey, wie viel Elo wir heute schon gemacht haben. What the fuck? Wir haben doch mit 1700... Ist einer schon seit Anfang an dabei? Ne, ne? Und wie haben wir denn angefangen? Irgendwas mit 1755, 1760? Irgendwie so, ne? Jetzt können wir den nehmen, actually. Oder? Weil wir nehmen den. Wenn er so nimmt, dann nehmen wir den hier. Und dann drohen wir Abzüge. Und gleichzeitig hängt der. Oder ist das zu viel? Oh, Freunde. Irgendwie ist es zu viel. Aber irgendwie ist es auch geil. Keine Ahnung. Irgendwie ist es auch geil. Könnt ihr den Bauer nicht mit Turm nehmen? Ja. Ja, safe. Hätte er machen können, ja. Hast du recht. 1000% recht. Jetzt gewinnen wir aber, oder? Eine Figur, eigentlich. Ach nee, er hat den immer noch. Ich dachte, wir haben jetzt hier den Doppelangriff. Oh, du Kleiner! Guck mal, wer ist er denn? Der Rambi Mambi! Yo! Stark! Normalerweise hätte er den spielen können. Weil dann hätte er alles gedeckt, ne? Okay, ich spiele jetzt den. Er nimmt raus, ich spiele Tommi 1. Wait! Ach nee, das ist kein Schach. Aufpassen. Wenn wir den spielen, macht er, glaube ich, den, ne? Ich mach den, wenn er den nehmen würde. Schach. Hier. Und der wäre gedeckt, ne? Äh, vielleicht macht er sowas wie H4 oder sowas hier. Der junge Mann muss karsen, der haut für die Züge raus. Opfern wir den Bauern hier? Weil wir können ihn halt höchstens so verteidigen, ne? Alter! Was ist denn mit dir los? Ja! Nee, wir wollen den wahrscheinlich nicht abgeben hier, oder? Aber das sieht cool aus, finde ich. Das finde ich sehr cool. Irgendwie. You know? Was erzählst du denn da? Ich hänge da. Den finde ich cool. Äh, den hier. Sorry. Den und den. Weil das geht nicht, ne? Der nimmt da raus, wir nehmen gegen, dann hängt der. Oder haben wir dann irgendwie sowas? Und bei denen haben wir den. Wenn er hier nimmt, nehmen wir hier. Nee, bringt nix, ne? Ja gut, dann deck dich gegen. Richtig lame. Hallo Kugel, buch hab dich lieb. Prinz Peng. Schön, dass du da bist. Der E-Bauer ist egal. Der E-Bauer? Du mir eins? Hing der einfach gerade? Warte. Hä? Moment. Der hing jetzt aber nicht, oder? Der Porn. Das kann nicht sein, Freunde. Das kann nicht sein, Freunde. Wir nehmen den. Okay, wir machen mal erstmal den. Ich hab das Gefühl, man kann hier opfern. Weil wenn er mit Turm nimmt. Ah, den haben wir da nicht, ne? So, so, so. Schach. Hängt die Dame. Kann man nicht bringen. Kann man nicht bringen. Was ist mit denen? Was ist mit denen? Er quiebt mit Schach, können wir nicht bringen. Genau. Bei unserer potenziellen Dame, jawoll. Okay, Schach. 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 Wenn ich den spiele, hängt der, oder was? Oder? Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen Schach. Er geht hier. Scheiße. Okay, wir müssen quasi so machen, ne? Ganz entspannt, Freunde. Ganz, ganz entspannt sein. Schach macht irgendwie keinen Sinn. Schäde. Gefühlt macht Schach keinen Sinn. Rein da. Haben wir nicht viel erreicht, ne? In meine Augen droht er halt nix gerade. Ich greife einfach jetzt mal an. Hier, A4, A5. Ich bin der, A5. Dann weg. Da geht hier. Auf Wiedersehen. Ich bin der, A4, A5. Wir gehen hier. Ich bin der, A5. Ich bin der Nähe. Oh! Draußen ist er! Guck mal hier! Magnus! Magnus 2! Jawoll! Ja, ok! Ah, ich mag's nicht. Ich studiere Pirat. Was ist so das weirdste Studium, Freunde? Was so ein richtig weirdes Studium, wo man sich denkt, wenn ihr mit dem redet und er sagt, ich studiere das und das. Und sich dann so denkt, lol. Lass mal Menschen verurteilen aufgrund ihres Studienganges. Ne, war natürlich ein Spaß, ne? Man, ein kleines Späßchen, Freunde. Kleines Späßchen. Agrarwissenschaften? Japanalogie? Gibt's das? Ne. Ironie. Danke. Alberi. Vielen Dank. Wirtschaftspsychologie. Japanalogie gibt es. Okay. Ich bin am Panama-Kanal und der Ja, Panama-Kanal. Brauereiwesen? Hat das nicht Dings studiert? Wie heißt er? Kennt ihr den? Kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ähm. Wie heißt dieser eine Leakstreamer da? Keine Ahnung. Eis ohne Waffe. Jumbo-Schreiner. Gibt's denn noch? Lange nichts mehr gehört vom Juden. Ich hoffe, ihm geht's gut. Es gibt so verrückte Studiengänge. Es gibt verrückte Studiengänge, aber keine verrückten Ausbildungen, oder? Habe ich so das Gefühl. Ausbildungen immer sehr solide. Kunst auf Lehramt. XD. Aber ich hätte auch gerne so ne Leinwand, Bruder. Kennt ihr das, wenn ihr so Bob Ross äh zuschaut und dann denkt ihr auch, ja? Das könnte ich auch. Das habe ich manchmal, wenn ich dem zuschaue. So. Bin ich ehrlich. Raumausstatter. Sugsweng. Der schlaue Spruch. Sehr schön. Mach mal einen Malstream. Ey, soll ich mir mal hier so ne Leinwand hin klatschen? Hätte das was? Machen wir mal den. Das wäre mega. Yep. Ja Omi, grüß dich. Dein Schach ist schon riesige Kunst. Ja, wir sind Künstler, nicht wahr? Sportplatzbauer. Sportplatzbauer. Wir sind wahrscheinlich noch drei, Raymond, wir sind zusammen und alle die Lachen. Und plötzlich dann live über Künstler. 'sisiäuse. dem Film machen eigentlich, dass wir nichtく hacerlo. chilling. Im Künstler. Einzig, B starch碗 für D brill und Antwort 真的! inflict Religion ist das Mittande, bei Auemisch organizationen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mach das jetzt einfach, ne? Ist mir doch egal. Ich mach das jetzt einfach, Freunde. Er würde jetzt in seinen Springer einstellen. Steht im Skript. Chat, was soll ich machen? Ich sehe keine Hoffnung. Er ausrufezeichen Hilfe, mein Lieber. Just call me. Ausrufezeichen Hilfe. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Jetzt machen wir das einfach mal, Freunde. Kugel bist du und bleibst bester Mann im Schachunivers, Mann, ey. Keep it up. Ey, Zehnramir, vielen Dank. Mega nice. Danke dir. Wir nehmen einfach mal gegen. Wir nehmen einfach mal gegen. Warum denn nicht? Chat im Träumenmodus, wieso? Was schreibt der Chad? Du gehst da und guckst mich auf. Das ist alles gut, weil ich mag das, was du schmerzt hast. Ich mach das, was du schmerzt hast. Du gehst da und guckst mich auf. Das ist alles gut, weil ich mag das, was du schmerzt hast. Ich mag das, was du sterben. Du sterben. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Heute läuft es echt gut. Oh ja. Oh ja. Hast du vollkommen recht? Er möchte chatten. Can we rematch? Schreibt er. Du hast doch gar nicht verloren. Hallo. Hä? Can we rematch? Oh, der ist ja mega insane. Oh, der ist ja mega insane. Uff. Der tut richtig weh, Freunde. Der tut richtig weh. Türme doppeln. Ja, wäre auch eine Idee, aber ich glaube, der ist schneller, oder? Der. Guten Abend. Guten Abend. Menace Annie, 96er. Grüß dich. Hi. Stand there and watch me burn. Es klingelt. Es klingelt. Dingelingeling. Sehr schön. Super. Man, man, man. Heute? Chat, ich weiß nicht. Sauber. Heute ist... Ich weiß nicht. Irgendwie gewinnen wir nur und zwar jetzt auch... Man muss halt auch sagen, Chat. Wir gewinnen halt auch auf Stellung, ne? Das sind jetzt keine Paid Actor oder so. Gefühlt gewinnen wir auch auf Stellung. Die brechen nicht einfach so ab oder so, ne? Hatten wir auch ein paar Mal. Sondern die spielen halt wirklich. So, der hier. Berlin. Okay. 0, 3, 0. So, Königsgambit. Das wird auch wieder eine wilde Stellung, Freunde. Ich sag's euch jetzt schon. Ich sag's euch jetzt schon, die wird richtig wild. Wir gehen wieder in Cunningham-Variation rein. Mögen wir? Ja, wenn die Leute so nehmen, weiß ich immer nie, was ich machen soll, ne? Leider. Wenn die Leute so nehmen. Mach das mal. Oh, der hat eine Brille. Wie viel Elo hat der? Wie viel Elo hat der? Der hat ein 2 vor dem Komma. Spiel. Er spielt. Der spielt natürlich D4. Okay. Ewa, du hast nicht gewettet, ne? Ewa. Ewa. Äh. Geil. Jetzt spiel mal Grünfeld. Mega. Ewa. Ewa kommt sich komplett verarscht vor. Vor 20 Tagen. Ah, der ist doch sass, Bruder. Äh. Hä? Gut, der spielt aber auch gegen Leute, die 2100 Aero haben, ne? Also weiß ich jetzt auch nicht Hübsch ist er Alle Fälle Grünfeld ohne Ideen, genau Genau Was macht man hier nochmal? Spielt man direkt näher hin? Castle Mann Wahrscheinlich Alles noch Theorie, Freunde C5 Immer ne gute Idee im Grünfeld Nimmt er ja gar nicht erst Oh, Heber, wann nimmt man den nochmal? Man müsste ihn jetzt eigentlich nehmen, Heber, oder? Weil das Ding ist doch Wenn du jetzt den spielst, er nimmt raus, oder? Und du kannst den nicht mehr nehmen Ich würde den jetzt rausnehmen, auch wenn es Heber nicht gefällt Und den will man jetzt auch nicht spielen, weil der kommt Das haben wir letzte Mal gemacht, Freunde Das weiß ich noch Da haben wir den gespielt, dann den Dann haben wir versucht, hier irgendwie unsere Dame rüber zu sliden, ne? Das war ein Fehler Aber dann würde der Warte mal Schach, hier Dann würde der ja Ne, der hängt nicht, ne? Ich glaube, wir entwickeln uns einfach Kopfgeschissen Schöne Entwicklungszüge Ja, was macht man mit dem nochmal, Heber? Haben wir drüber geredet, ne? Hier war es mein Mein Grünfeld Man Sag ich mal Und er meinte auch Die wollen meistens F3 spielen Deswegen ist der nicht so gut Irgendwas war auch mit dem War denn das nochmal? Den kommt halt irgendwie der, ne? Aber dann machen wir halt den Ist doch egal Nicht nehmen wäre besser gewesen Aber was machen wir denn dann, Heber? Mit dem Bauern hier B6 direkt Oder was? Ich glaube, deswegen ist Grünfeld auch nicht so was für mich, glaube ich Weil ich diese Tension hier nicht aufrechterhalten kann Weil ich immer mir denke Okay, er kann doch jetzt einfach nehmen, ne? 7-0, ich komme 7-3, ich gehe wieder 14-3 Heyo Heyo Aber ist das jetzt nicht eine klassische Grünfeld-Stellung hier mit diesem Bauern? Heber? Das ist doch jetzt klassisch, oder? Diese Leid ist mehr als nur ein Reethrough Der f*** Der f*** ist das schon den spiel sehen noch keine angst keine angst noch lauter er will abtauschen heber ich feier es dass du diese oldschool songs machst der respekt zoll curly ne curly ist der grund aber ja feiere ich auch jetzt aber heber wir haben kein zentrum mehr heber wo ist denn unser zentrum hin heber ist schon afk gegangen bischof aber die idee ist doch jetzt hier oder da kann ich sehe was lange schwarzes f6 immer ein guter zug so scheiße ich bin so kacke ich bin so kacke wobei es geht wahrscheinlich sogar noch ne der rechnet das gerade durch der knirch naja ich kenne so Leute die rechnen ich kenne so rechnen naja guck mal hier die rechnen die rechnen richtig die rechnen richtig Freunde ich kenne so Leute jetzt kann er sich den Bauern nehmen kappa macht die Stellung aber macht die Stellung aber irgendwie gerade wie mag ich die Stellung gerade keine Ahnung ok wir gehen hier er geht hier dann gehen wir hier dann machen wir den weil dann ist unser Turm frei ne weil hätten wir direkt genommen müssen wir abtauschen das will man glaube ich nicht ey Flockchen WLD ist nicht verpackt ne weiß auch nicht heute jede Runde gewonnen heute jede Runde gewonnen so machen wir jetzt irgendwas mit dem Bishop Powder oder Ru面 vorché Rocket Peter k p k k Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe doch keine Ahnung, Freunde Ich tue gerade so, als würde ich wissen, was ich tue Ich habe keine Ahnung Keinen Plan Glaub mir mal Keine Ahnung, was ich hier mache Ein Gegner hat leichten Raumvorteil Oh nein, er kann den spielen Oh no Shit, er kann einfach hier jetzt darm tauchen 2000er geklatscht Weiter geht's Ich komme hier rein und da steht 15 zu 3 Läuft Ey, komm, komm, was soll ich dir sagen Das ist anders wild gerade General J Ey, vielen Dank für die 420 Danke dir Ey, das ist komplett geisteskrank gerade Ey, schön, dass ihr da seid, Freunde Mit euch macht's doch gleich viel mehr Spaß Ihr seid live dabei beim legendären 20-3er-Stream, Freunde Beim legendären Beim legendären Speedrun Auf den haben wir halt verloren, glaube ich Der, der, ne? Oder? Machen wir einfach Ja, den hat, dann hängt der, ne? Machst du den? Ja, mach das halt wieder den, ne? Und dann geh ich wieder zurück Und dann mach ich den Ist die Idee Ich wollte eigentlich schon längst pennen, ey, Hockey Ey, geh pennen Ist die letzte Partie, mein Lieber Verpasst du nix 100 Pro Glaub mir mal Ja Oder gehen wir jetzt hier hin Geht auch gut aus, ne? Irgendwie Jetzt sind wir hier so ein bisschen drauf, ne? E6 mit Chance auf Abzug E6, genau E6 haben wir gemacht, aber Ich glaube, wenn er jetzt castelt Dann sieht's ein bisschen bitter aus für uns sogar Weil dann kommt Tomi 1, ne? Jo Aber ich wollte jetzt den spielen Und da mal angreifen Das muss die Dame erstmal ziehen, I guess Und dann Entwickeln wir uns einfach, oder? Ich meine, man könnte natürlich auch wieder zurückspielen, ne? Aber wir wollen uns mal entwickeln hier, Freunde Er droht nix, ne? Und dann machen wir den Damit wir Platz für den König haben Ne, scheiß drauf Scheiß mal auf den König Der sieht gefährlich aus Auf jeden Fall Selki, grüß dich Wer hat die meiste Elo hier im Chat? Weiß ich nicht Wenn Sacho da ist, dann Sacho Wenn Sacho nicht da ist Dann, äh Weiß ich nicht mal, ne? Also wirklich nicht Keine Ahnung Kannst du nicht sagen So, er hat keinen Schach, ne? Schon mal gut Boah, dicker Jet Ich hab doch keine Ahnung, Mann Ich hab doch keine Ahnung, Jet Ich hab doch keine Ahnung Also vielleicht always look on the light side of life If life seems jolly rotten There's something you forgot And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Die be silly chumps Ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe. Ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe. Hier drohen gerade Figuren gewinnen übrigens. Hatten wir gerade schon gehabt, oder? Genau, wir sind eine Figur vorne, jawoll. Richtig. Die hat direkt reingeklatscht hier, ne? Ja, Don Berger habe ich auch gerade gedacht, ne? D6 hier. Habe ich aber irgendwie nicht gesehen. Ich meine, vielleicht geht es immer noch, ne? Aber er kann ja nicht den spielen, um den zu decken. Das heißt, die Dame muss jetzt ziehen und dann D6. Könnte man halt probieren. Außer er droht jetzt irgendwas, ne? Dann geht es natürlich nicht. Palim, ne, ne, ne. Ich bin nicht bei Zugzwang. Ich bin, ich passe da glaube ich nicht rein. Die meinten, ich wäre zu gut. Einmal. Beim letzten Mal. Setsch. Stimmt der D, ne? Aber ist trotzdem ein guter Zug wahrscheinlich, oder? Ich bin noch nicht matt. Oh. Meine Dame hängt scheiße. Ne, doch nicht. Dicke, was machst du hier? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Die Dame hängt. Ähm. Bisschen laut, ne? Bisschen laut, ne? Ich habe in letzter Zeit die Musik immer ein bisschen lauter. Ich muss die mal ein bisschen leiser machen, ne? Oh shit. Dicker. Bin ich bescheuert? Ja. Ja. Jetzt habe ich verloren. Scheiße. Ah, jetzt habe ich verloren. Hey, ich kann einfach den Bishop weg spielen und dann ist alles gedeckt. Gut gespielt. Boah, das war richtig bad, ne? Ich habe auch Kopfschmerzen, ein bisschen muss ich sagen. Aber ich will nicht rumheilen. Ja, das war es jetzt, ne? Ja. Ach, komm, Dicker. Das war es jetzt, ne? Oh, he can trap my Rook. Shit. Yeah, he can trap my Rook, guys. Oh, scheiße. He can trap actually wirklich my Rook. Aber I can track gegen. Aber he can... Ah, egal. Ja, aber I can, äh... Ich kann alles, oder? Huh. Ech, ey... Englisch wieder auf B2 Niveau? Never give up! Aber schon ziemlich lost, oder? Ne, wir sind... Warte mal. Wir sind nur plus eins hinten, oder? Ich gehe hier, er geht hier. Ich gehe hier. Er geht hier. Ich gehe hier, er geht hier. Ich gehe hier, er geht hier. Ich bin gerade richtig fokussiert, merkt ihr das? Hängt B2 nicht. B? B2? Oh, shit! Bitte zaubern, Papa. Ja, ja, ich bin am Zaubern. Keine Angst. Also, den habe ich jetzt... Jetzt habe ich den gesehen, Freunde. Ich habe den damit angegriffen, ne? Nur damit das klar ist. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre zu BSG, ne? Nicht, dass ihr das jetzt denkt. Ich nehme jetzt Springer raus, Chad. Einfach mit der Idee. Den kann der Springer nicht ziehen, ne? Weil den hängt der. Weil hätte ich mit Bishop genommen, hätte er den gespielt. Topf. Okay. Wollen wir zaubern? Wir zaubern? Das war ein super wichtiger Bauer für ihn, Freunde. Oh, die Zeit, ne? Homie, danke dir. Boah, ich habe richtig Kopfschmerzen, ey. Holy fuck. Ey, Rehwal gerade nicht, aber sonst. Na, sicher. Klar. Jetzt gewinne ich noch einen Porn, oder? Wieso hängt der? Ey, Leiko. You know what? Let's, let's give Kugelbutsch a Raid. Danke dir. Ja, dann fragt man sich jetzt, ne? Oh, shit. Eh, thank you very much. Eh, miss Botes. Eh, thank you very much. We are on a, oh, oh, shit, I totally missed your raid. Thank you very much. Eh, we are on a, on a 18, eh, on a 1900, um, eh, speedrun right now. All of a sudden, we are winning every game, and we have a little challenge right now. We, we go offline when we lose our first game. So, it can be, eh, eh, 24-hour stream, maybe. Let's see. Digga, ich wollte einfach ganz und schwein chillen. Aber, eh, thank you for being here. We are a German Chess-Streamer, ehm, but I actually played versus Andrea and Alex, ehm, in Berlin City. That was very nice. Digga, was laver ich? Ach, du Scheiße. But, thank you very much. I hope you had a great stream. And let's hope our, our stream don't go for so long. Because I'm tired. Where is it? Where is it? Das, äh, das legendäre Putt-Bild. Brille und Kappe check, er chillt, das ist alles echt, hat die Twitch-Dono angestellt und bringt hier zu mir Taschengeld, er ist es Butch, der mit Schach-Openings glänzt. Mach den Franzosen, Junge, alles andere wäre lächerlich. Frag Jan nochmal, wer der Beste ist. Fairness halber, nehm ich weiß. Dank der Stärke seiner Stafford-Lines. Ah, W-E-M an seiner rechten Seite. Der Aufbau des Schach-Imperiums mit nem Brett und Steinen. Er braucht die Krone nicht zum richten Lässig. Blitzt der Butch mal eben. Das Boden-Kieseritzki-Gambits. Huschi schaut nicht schlecht, den Kugel zaubert jetzt. Auf das Brett, iced out, Casio. So, ähm, the Bats are... are kind of a culture here. In Germany. We are a little bit bad-addicted. So, we gonna bet on the games. And who won? Let's trade some Queens. And let's go for the win. We don't go to sleep right now. So. Okay, Jed, we have to preach. We have to preach, he goes here. Sieht da ja gar nicht. We actually lost the game. Holy shit. Who thought this gonna happen, Freunde? Who thought this gonna happen? We actually lost 4 games out of 20 games. 420! A jibbit a day? Ach, egal. Forget it. Normally, we win here, you know. Normally, it's a winner's dream. Freunde, wir schlippen jetzt. I think we're going to sleep now. Guys. We are tomorrow back. We are a daily streamer. We are everyday live. Today, we was live two times. Two times live, today. Hey. Thank you very much for being here, guys. Thank you, Botus, for the raid. It was a pleasure for me. We are back tomorrow at 19 o'clock in German time. It's like 12 o'clock in your time, I guess. Thank you for your stay, chat. Thank you for your stay. We are back tomorrow. Thank you for your follow. Thank you for your bids. Thank you for your raid, Alexandra. Maybe you get to the VGM level. Thank you very much. But we are going to offline now. Thank you for everything. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you for your time. Untertitelung des ZDF, 2020